Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video und zwar sind wir heute in Covent Garden wie ihr es werdet ihr damit erkennen könnt und ja wir machen heute einfach mal einen Vlog ich nehme euch ein bisschen mit und genau wir haben gerade die Fahrräder zur Reparatur gebracht weil hier der Fahrradladen war und jetzt haben wir noch den Scooter, könnt ihr einmal rauffüllen und jetzt werden wir einfach ein bisschen Covent Garden unsicher machen, kommt mit und jetzt gehen wir uns erstmal was leckeres zu trinken und so habe ich hier eine Matcha Latte ich weiß nicht ob man es jetzt erkennt, aber man hat das Gefühl, dass der Frühling jetzt langsam da ist Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir好的 Hänge bei den Staaten – Ich bin gespannt, was ich alles fertigstellen So, wir haben jetzt ein kleines Plätzchen gefunden, wo wir unser Sushi essen und zwar, ich zeig es euch mal, das haben wir uns jetzt bei Kama abgeholt, also hier haben wir einmal die Inside Out Rolls mit Avocado und Lachs, dann ein bisschen Sashimi, Nigiris, nochmal Nigiris und Avocado und das hier waren so Chicken Katsu Buns. So, wir spazieren hier einfach noch ein bisschen lang, da mal schauen, was heute passiert. Ja, es ist richtig entspannt hier und ja, weil das ist halt sonst eigentlich total der Touristenort und es ist total ruhig für Londoner Verhältnisse. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Okay, also wir haben einmal hier Creme Brûlée, das ist der hier und das ist Brown Sugar, habe ich gesagt, oder? Ja. genau, mit Sojamilch von The Ellie. Bin ich jetzt mal sehr gespannt, dann haben wir hier unser Strohhalmer. Es ist halt leider sehr viel Plastik und dann einfach nur noch den Strohhalmer, da hier unten so eine kleine Spitze einfach reinstecken. So, das machen wir jetzt auch noch mit dem anderen. So, wir machen jetzt einmal den Taste Test. So, wir machen jetzt einmal den Taste Test. Jetzt haben wir einmal hier den mit Creme Brûlée. So, wir mixen jetzt mal alles und probieren wir den mal. Sehr gut. Der hat halt so ein bisschen Creme Brûlée Pudding mit drin, ne? So, das ist halt hier unten diese Tapiyucas. Und mit Sojamilch. Jetzt probieren wir nochmal den anderen. Das hier ist Brown Sugar, der ist auch mit Sojamilch, ne? So, mixen wir jetzt auch mal gut ruhig. Auch hübschen. Also, wenn wir die jetzt mal raten würden, ich würde sagen, das hier, das ist der Brown Sugar. Dem gebe ich sieben Punkte. Wie viele Punkte gibst du ihm? Acht. Acht? Und Creme Brûlée, das ist schon neun. Der ist neun für dich. Neun. So, wir haben mit unserem Bubble Tea noch ausgetrunken. Und jetzt geht rein in die U-Bahn, also in den DLA. Und ich glaube, da brauchen wir jetzt zwölf Minuten, dann sind wir auch schon zu Hause los. Ich habe gerade das Video geschnitten und natürlich habe ich das Auto vergessen. Also hier nochmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Hinterlasst ein Like, kommentiert und abonniert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. brokeokalpfe. ... ...